Heute ist Feiertag und heute machen wir ein Tabaltraining mit Tabata und dafür nutze ich ein Programm. Es nennt sich JT-Timer. Tabata heißt, dass ich 10 Sekunden Vorbereitungszeit habe, dann 20 Sekunden Training, dann 10 Sekunden Pause, dann wieder 20 Sekunden Training und dann wieder 10 Sekunden Pause. Wir lassen jetzt 3 Minuten lang und wünsche mir viel Spaß dabei. 3 Minuten Pause 3 Minuten Pause 4 Minuten Pause 5 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 Minuten Pause 6 Minuten Pause 6 Minuten Pause 6 Minuten Pause 7 Minuten Pause Rest Go Rest Go Rest Go Congratulations, your workout is complete That's right, it's the SR9 I'm sorry, I'm sorry Go Go! Rest. Go! Rest. Go! Rest. 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 Rest Go Rest Go Congratulations, your workout is complete. Yes, no, no. Yes, no, no.